hi leute willkommen zu einem neuen video diesmal geht es um gewinnspiele zum einen um das gewinnspiel vom märz 2017 auf meinem kanal wo es ja einen kopfhörer zu gewinnen gibt das läuft bis 31 märz und ja da kann man noch teilnehmen einfach abo hinterlassen kommentar hinterlassen und schon ist man dabei aber parallel zu meinem gewinnspiel auf meinem kanal läuft bei okie deutschland ebenso ein gewinnspiel das auch bis 31 märz läuft und ja und es ist ein frühlings gewinnspiel von okie und ja da können fünf personen gewinnen und die fünf gewinner erhalten je folgende produkte ein solar panel zum aufladen von smartphones und anderen geräten dann ein kamerastativ ein aroma diffuser eine powerbank ein mikrofon usbc kabel und bluetooth fm transmitter also das sieht man hier alles auf dem bild hier ist das solar panel zum aufladen von smartphones und allen gängigen geräte die neben über usb aufgeladen werden können dann hier ein kamerastativ für smartphone dann ist hier dieser aroma diffuser ein usb mikrofon dann hier diverse kabeln dann powerbank und fm bluetooth fm transmitter also einige tolle produkte die man da gewinnen kann und das tolle dieses paket bekommen fünf leute also nicht jeder ein so ein so ein produkt sondern alle produkte also alle fünf gewinner erhalten dieses gesamte set an an produkte und ja teilnahme schluss wie gesagt ist ebenfalls 31 märz also das ist das auf dem facebook profil von okie also okie deutschland ist das okie frühlings anfang gewinnspiel und ja da kann man ebenfalls teilnehmen einfach die seite und dieses post leiten ein kommentar schreiben auf was ihr euch im frühling am meisten freut und ja wie gesagt teilnahme schluss 31 märz sowie auch bei meinem gewinnspiel ebenfalls teilnahme schluss 31 märz hier kann man sich das video dazu ansehen mit den kopfhörern als preis einfach bei beiden gewinnspielen mitmachen und ja so hat man die doppelte chance irgendetwas zu gewinnen und ja bei mir geht es dann weiter im april mit einem neuen gewinnspiel und ja link zu okie deutschland zum gewinnspiel gebe ich unten in die video beschreibung einfach einmal anschauen und ja durchlesen die teilnahme bedingungen und dann einfach bei beiden gewinnspielen mitmachen